So, Finale von Crashkurs, des ersten DLCs. Ja, ist sehr kurz auf Level, deswegen ist jetzt schon das Finale. Ja, ja, das erste DLC hat zwei Maps und für das zweite DLC haben die bereits angekündigt, dass es aus drei Maps bestehen wird. Also, beide DLCs sind nicht so lang wie die Hauptkampagnen, weil die gehen fünf Maps, beziehungsweise eine geht nur vier. Ich glaube, es ist, wie wir die Passing haben, glaube ich, bei Left 4 Dead 2 ist das DLC auch nur drei Maps, ne? Ja. Okay, dann ist das neue, der Passing sozusagen. Oh, hier liegen... Oh, schade. Ich glaube, wir sagen, wir aktivieren das Auto nicht und gehen einfach geradeaus. Ich habe nämlich keinen Lust auf das Auto. Bei Left 4 Dead 2 ist es ja auch so, dass eine Kampagne, glaube ich, vier Parts hat, die anderen fünf und sie passen in drei. Äh, ja, Left 4 Dead 2 hat ja auch... Die DLC-Sachen sind immer kürzer. Left 4 Dead 2 hat ja auch eine Hauptkampagne noch mehr. Ah, ja, stimmt. Die Gemeinde, glaube ich, hat mehr. Ich glaube, sechs. Ne, die haben alle fünf. Aber wir müssen aufpassen, schieß nicht auf das Auto da. Oh, das könnte jetzt hochgehen, die Alarmanlage. Meinst du? Oh, was war das denn? Es brennt knapp daneben. Wir haben wahrscheinlich Glück. Ja. Aber lass uns dann lieber gleich mal weiterlaufen. Ich habe nämlich keine Lust hier. Wir können hier über den Zaun einen Umweg machen. Wir können hier einfach geradeaus laufen. An der Straße entlang. Kommt hier noch eine Piper? Ich. So. Ah, alles klar. So. Dann lass uns mal. Ah, jetzt ist noch Munition? Ah, nee, nur von der M6. Wo denn? Ach, da. Ah, da vorne lag. Da ist einer. So. Pipe! Schlaffuchs! Ah, sehr schön. Die nehme ich. Ich werfe meine mal. Eben sind mir ein paar zu viele. Ach, noch toll. Luis hat sich wieder ankotzen lassen. War ja klar. Luis ist der Magnet. Weg da, Jogger! Weg da, Jogger! Ah, hier brennt's doch. Saui! Ich schieße die ganze Zeit aus Versehen aufs Luis. Ja, das aus Versehen lasst du mal, glaube ich, weg, oder? Tut mir leid. Ich meine, man schießt heute... Maler auf Toffee! Heutzutage schießt man doch absichtlich auf Luis. Einfach nur, weil er die KI ist. Yep. Einfach nur, weil er ist. Bitch, höre ich gerade. Ah, die weißen Kanister, die lasse ich einfach liegen. Oh, da ist ein Hunter. Oh, die können wir ruhig noch mitnehmen als zusätzlichen Sprengstoff. Ja, cool, da liegt er. Also an der Witch kann man vorbeigehen eigentlich. Warte, du kannst die Witch auch sprengen. Mit zwei Kanistern geht das. Ja, das war nur einer. Siehste? Lol. Zwei Kanister und Boom. Mano. Oh ja, Munition, perfekt. Kanisters. Oh, wir sind gleich da. An den einen Behälter besser mal war, ja. Oh, ich höre einen Boomer. Hoffentlich läuft er ins Feuer. Hoffentlich nicht. Au, ah, ha. Okay, geh in den Kanister da hinten rein. Alter Schwede, ey. Sprich immer ins Feuer, ey. Ein Hunter, hört ihr? Hunter. Ja. Okay. So, Ruhe hier. Hunter ist ausgeschaltet. Hier liegt noch ein Sniper. Nö. Hm. Sniper ist nicht so mein Ding. Nicht Smoker, hier. Ach, da geht's hoch. Ja, hier muss man nicht lang. Oh, hier sind noch Pillen. Und ein Molly. Ich hab Pillen. Molly hab ich auch. Oh, Molly könnte ich gebrauchen. Wo denn? Äh, hier. Tank. Tank, ja, werf mal am besten mal deinen, Molly. Siehst du? Hier. Ich hab ihn ja. Dann grapfe ich mir mal die Püren. Oh, Boomer, Boomer, Achtung. Ah, iget. Dann kommt der Tank runter. Ach du Scheiße, jetzt ist hier auch noch der Tank. Du weißt genau auf den Tank zu. Ich seh nichts. Er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Er ist tot. Ich glaub, er ist nicht der Einzige. Eieieiei. So. Puh, danke. Kein Ding. Also vorm Finale sollten wir uns eh auch nochmal alle heilen. Das ist nämlich auch... Ja. Hier sind nochmal Mutti, zu, wenn man braucht. Danke, Stadtwuchs. So, hier drin liegt noch eine Second Pistol. Oh, die haben wir ja schon lange. Schon lange, ja. Seit dem ersten Level. Ah, hier sind auch noch zwei Kanister. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die sind im Finale nützlich. Ah, ich hab da. Na gut, komm, dann gehen wir mal rüber her. Auf ins Finale. Yeah. Recycling. Steht da. Chopper, Aluminium, Bass, Lose. Ich höre einen Smoker, kein Hunter. Bevor wir das Finale starten, sollten wir zusehen, dass wir hier möglichst alle Zombies wegräumen. Oh Gott. Der Hunter ist auf Luis und ich komme da nicht mehr ran. Ja, dann müssen wir ohne Luis spielen, weil ich komme da irgendwie auch nie. Ja, Luis ist eh schon am Boden. Also wir müssen jetzt gucken, dass der Hunter uns nicht mehr kriegt. Oh, gut. Ja, da kommen wir nicht mehr hin. Also Luis wird wohl sterben. Da kommen wir nicht mehr zurück. Tja. Da hat er wohl Pest. Ich sag ja, künstliche Dummheit. Ja, dann lass uns lieber mal hier gucken, wie wir überleben. Wir haben ein Medipack mehr, wa? Ich denke, wenn ich Glück habe, bekomme ich dort hin. Nein, du kommst nicht hin. Okay, kannst du vergessen. Da kommt man nur über einen Glitch hin, aber der Glitch funktioniert nur im Survival-Modus. Moment. Ja, also da kommen wir nicht mehr hin. Da kannst du alles probieren, was du willst. Heil dich mal und dann grabsch dir noch ein Medipack. Ja, die Zeit rennt hier wenigstens. Wir brauchen diese. Ich habe eine Idee. Koffe mich! Lass den Truck zurück! Ich lebe nicht mehr irgendwo, also wir haben den Generator. Ja, also wir müssen den hier gleich aktivieren. Wo wollen wir hin? Auf den Truck oder reingehen? Äh, ich weiß nicht. Also zu dritt, ich würde schon fast sagen, reingehen. Luis ist tot. Aktivierst du jetzt da draußen, dann gehen wir beide schon mal rein. Dann nehmen wir die Kanister mit rein, warte hier. Ja, dann stellen wir hier direkt vor den Eingang, vor die beiden Türen. Ne, aktivier noch nicht. Noch nicht. Warte mal, Luis ist hier noch. Ah ja, stimmt, den kann man ja, bevor man gestartet hat, kann man... Überlebende retten. Da, jetzt haben wir ihn wieder. Bevor man gestartet hat, kann man ihn ja retten. Stimmt, das hatten wir ja ganz vergessen. Richtig, und wenn wir Luis jetzt mitnehmen zu der Waffenplattform da vorne, dann wird er sich wahrscheinlich auch gleich hoffentlich eine vernünftige Waffe greifen. Ja, wenn er jetzt mal kommt, ja. Ja, und ich heile ihn jetzt noch. Wie das aussieht. Dann passt das. Komm, Luis. Komm, wir gehen mal ein Stück weiter weg, dann hier, da ist er. Komm, Luis, nehmen wir Waffen. Genau. Jawohl, komm, ja. Ja, er hat sich eine Waffe gegriffen, perfekt. Gut. Oh, komm, dann gehen wir schnell, dann gehen wir schnell hoch hier. Ja. Oh, hier sind auch noch jede Menge Pipes, drei Stück. Das sollte reichen. Hier sind auch noch Kanister, die Waffe... Wo hast du denn in den zweiten Kanister hingeworfen? Äh. Da. Komm, Generator. Komm. So. Wie kommen wir denn da hoch? Hier sind auch noch mal Pipes, über die Kartons. Ich gehe ins Geschütz. Ja, okay. Boomer. Also, ihr braucht hier auf die Seite keine Sorgen zu machen. Das Geschütz regelt das. Okay. Okay. Ich hoffe, du hast recht. Ja, also höchstens, ich sage Bescheid, wenn es überladen ist. Aber dann geht es natürlich nicht. Wenn er folgt mit, äh, dem Gatling, äh, äh, mit der Gatling kann, habe ich schon. Ja, ich auch. Ich habe schon 5.000 oder, nee, 1.000 müsste man ja hier killen. Aber ich habe richtig lange nur am Stück Crashkurs gespielt, weil man muss ja hier 5.200 oder so killen. Das habe ich noch gar nicht. Das habe ich, da habe ich gekellert in der Sau. Ich hatte gar nicht die Motivation, Crashkurs wirklich so lange zu spielen. Da hatte ich keinen Nerv für. Ich habe es zwei Tage nur gespielt. Okay, ich müsste es auch irgendwann mal machen. Ich will diese Auszeichnung ja eigentlich auch haben. Mitigenozid, ne? Ja. Ich habe auch schon den großen Genozid, weil ich habe wirklich sehr lange gespielt. 200 Stunden. Oh, mich hat ein Boomer erwischt. Wo steht die Potsau? Okay, dann bleib jetzt mal bei mir. Oder der Louis ist ja bei mir. Wo will der denn hier? Dann kann man nach Hause gehen. Also wenn ich jemand will, kann auch jemand anderes hier an die Gatling, weil mir ist das eigentlich relativ... Aber ihr habt es ja schon beide anscheinend. Das mit der Gatling habe ich noch nicht, aber das kann ich mir auch ein anderem Mal holen. Das muss jetzt nicht während der Aufnahme sein. Ja. Das ist sehr gut. Also das ist, wenn man hier steht, hat man natürlich einen Vorteil. Wenn man dann wirklich mal, sag ich mal, so 10 Sekunden mit der Gatling auf den Tank schießt, dann hat man schon ziemlich viel HP gezogen. Ja, zählen da die gezogenen HP oder zählen da die Kills? Auch zum Thema Tank. Ratet mal, wer uns besuchen kommt. Wo denn? Oh kacke, da komme ich nicht mal hin. Wo ist er denn? Oh ne, da komme ich nicht hin. Da kann mir das Geschütz vergessen. Wir müssen hier runter. Oh fuck. Der ist down. Ich habe keine Muni mehr. Ähm, ja. Oben sitzt er noch. Ja. Ja, aber komm schnell wieder, Evi. Alles klar, der Boomer hat auf mich gekotzt. Das war Kilometer weit entfernt. Okay, die Piperm ist nicht so. Die ist nämlich gegen die Gatling gefallen. Also die Piperm... Das ist interessant. Dort oben, in diesem Schacht, können Gegner drinstehen. Sie können dort rauskommen. Aber wenn du versuchst, was reinzuwerfen, um die dort drin zu killen, dann ist damit einmal eine unsichtbare Wand. Ja, das geht nicht. Scheiße, Smoker. Du kannst lediglich mit Waffen reinschießen, um die Gegner dort drin zu killen. Aber du kannst nichts reinwerfen. Die Pipe kam eben eiskalt zurück. Ja, und die lag genau vor mir. Ich dachte gerade, was war da los? Ja, weil ich wollte den Smoker da drin mit einer Pipe rösten. Aber, ja, reinwerfen ist wohl nicht. Nur reinschießen. Ja, von der Pipe sterben, ja. Also ich habe noch nie gesehen, dass man mit der Pipe auch Gegner killen kann. Doch, die Explosion macht ja auch Schaden. Da kannst du mich ansprechen. Oh, wir müssen neu starten. Ich würde sagen, da gehen aber alle hin. Ja, alle. Ich muss eh neue Muni haben. Ich auch. Und langsam kommen ein paar zu viele Zombies. Hat einer eine Pipe? Äh, ich hatte eine. Okay, startet ihr beide neu. Luis und ich, wir lenken hier die Fipsis ab. Ja, bei uns sind auch ein paar. Hier lag da noch eine Pipe. Guck mal hier neben dem linken Twack. Vielleicht wirfst du mal schnell eine. Deck mich mal bitte. So, Pipe ist geworfen. Trice fucking Boomer. Schnell wieder hoch. Wir müssen uns aber schon beeilen hier. Geh doch mal weg. Geh doch mal sterben, du Patsau. Schnell hoch. Ja, ja, oh scheiße, jetzt konnte ich mir gar keine Muni holen. So ein Dreck. Ich heil dich mal, komm mal her. Achtung, Tank, 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 Tank. Ich kann dich nicht heilen. Ich heil dich heilen. Nee, weil ich gerade von Evil geheilt wurde. Ach so. Ich habe noch einen Molly für den Tank. Ich habe ihn gerade schon gehört. Sehr gut, ich höre ihn auch. Anscheinend ist er irgendwo hier runtergegangen. Och nö, sag nicht, das Skript vom Tank stecken. Da hinter uns, hinter uns, aus dem Fenster. Wir müssen hier runter jetzt, schnell. Ja. Oh, damn it. Ich bin gleich richtig im Arsch. Okay, ich muss jetzt irgendwie versuchen, nach vorne zu kommen und Muni abzugreifen, weil mit den Dual Pistols kann ich das ja mal echt sowas von vergessen. Hab getötet. Okay, also ich habe mir gerade Peln eingeworfen. Luis heilen wir jetzt mal nicht. Oh, der Trag ist unten, schnell. Echt? Ja. Oh, super. Und los, alle rein, alle rein. So, schauen wir mal, schnell eine Pipe. Yeah, wir haben es geschafft. Das erinnert mich an die Kaufhaus-Szene von Land of the Dead. Oder hieß es Dawn of the Dead? Ich weiß nicht, in welchem Teil es vorkommt. Yeah, wir haben diese DLC geschafft. Sehr schön. Ja, wir machen noch Werbung von der zweiten DLC, ja. The Scarfist, oder wie die heißt? The Sacrifice. Oh, The Sacrifice. 25 Minuten haben wir gebraucht, das geht auch noch. Ja, das ist eine akzeptable Zeit. Okay, Leute, dann tschüss. 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 Tschüss.